moin oder willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute machen wir eine kleine challenge mal wieder die tnt 2.0 heute aber alleine und ja wir sind gleich wieder in der runde bis gleich so mein lieben von da sind wir jetzt back in dieser runde hier ihr kennt die map wahrscheinlich dieses und wir werden jetzt erstmal so einen richtig fetten tnt buch machen ich habe mir das mlg kit dafür ausgewählt welches ich mir gegönnt habe ich habe übrigens alle kids no push jetzt aber gesagt haben und ja danke noch ich habe was kleines anzusprechen nebenbei beziehungsweise ist mir jetzt gerade einfach so spontan eingefallen und zwar erstmal danke schön für sieben abonnenten das habe ich in dem einen video schon gesagt glaube ich wenn ich dann sage ich jetzt noch mal danke für sieben abonnenten und danke auch für eure wie soll ich sagen dass ihr so aktiv geworden seid weil am anfang als ich die 100 abonnenten also ich hatte die 100 abonnenten erst nach einem jahr geknackt und das war dann schon naja wie soll ich sagen halt eine lange zeit also sehr viel später habe ich die 100 abonnenten geknackt und das folgende mal trotzdem mega dass ich es geschafft habe und ihr seid einfach mehr aktiv geworden ich habe auf jedem video so 300 bis 1000 aufrufe sogar und 50 ok naja zwischen 20 und 50 likes auf normalen videos zum beispiel dieses speed around da es waren einfach über 50 likes what the fuck was geht bei euch ab seid ihr krank im positiven sinne jetzt also ich hoffe dass ihr das nicht falsch versteht so also erstmal dafür wollte ich mich echt bedanken das ist mega nice aber wir machen jetzt erstmal hier einen tnt boost so los geht's los geht zu meiner folge sind jetzt zurück in der zweiten und wir versuchen das ganze noch mal und versuchen haben wir noch mal die schaffen ich bin nicht der boss aber ich übe momentan so ein bisschen dies das auf jeden fall gehen wir unterholen das noch die zweite chest und machen dann einfach einen tnt boost zum namen nachbarn oder zudem oder zudem zudem hier das glaube ich cooler wenn wir so dass du schreck machen so bauen wir mal ganz die plattform und ich war erst eben geblieben bei dem thema das ist so aktiv seit wie gesagt danke dafür dass ihr so aktiv seit und zwar dazu nur dass ihr mal bescheid das das eine video dieser cw gegen tco hat einfach fucking 6400 aufrufe what the fuck was ist los mit euch hallo 6400 hallo ist gar nicht viel und moment ist ein ganzes oh mein gott mit das war so ein das war gerade so skillig ich bin der boss alter der boss ich habe sogar noch mlg geschafft ja das kann keiner von euch ganz kurze sache noch dazu mir fällt gerade ein zu dem mlg und so mein vorbild von youtube war immer its match youtube der ist unten in der beschreibung verlinkt ganz oben ist ein link zu seinem kanal könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen also ich feier dem seine videos mega der schneidet richtig nice also hat er echt mega talent also grüße genauso an dich wenn du das hier sehen solltest wirklich du schneidest richtig geil wollte ich einfach gesagt haben in dem video ja komm komm doch her alter ganz ehrlich kommen ja auf jeden fall die meisten cw ist die meisten kurs cw haben 2000 aufrufe oder die meisten die meisten also eigentlich haben alle über 500 aufrufe und die meisten halt noch über 1000 daneben wie gesagt und einfach mega geiler support für euch danke dafür und ja es war ja schon immer wie die meisten von euch wissen schon immer mein traum irgendwie youtuber zu werden mal klar bin ich jetzt vielleicht kein großer youtuber aber ich habe schon 740 abonnenten what the fuck hallo das ist mega viel aber das ja das ist also ohne spaß ist der support macht mich echt ja macht mich mega glücklich danke dafür wie gesagt nochmal ich werde versuchen bei diesem video hier ein bisschen mehr zu schneiden weil schneiden macht eigentlich mega spaß normalerweise sitze ich so eine stunde also bei eigentlich jedem video eine stunde oder länger am schneiden ja alles klar also ich gebe mir wie gesagt mega mühe und wer cool wenn ihr dafür einen daumen nach oben da lassen könnte würde mich voll freuen auch ein abo würde mich freuen an der stelle ja so jetzt machen wir nochmal den tnt boost so sekunde brauchen wir mal ganz kurz hier die plattform ist glaube ich schon zu groß aber ist egal wo machen wir denn hin machen wir hier hin 1 2 3 4 und hier und hier perfekt und jetzt machen wir auch das hier zack haben wir was zum mg machen Wasser Eimer oder oder Cobweb wasser Eimer im Cobweb wasser Eimer im Cobweb ich weiß nicht ich weiß nicht ich nehme Cobweb ok ok muss ich abfüllen hier ne oh my god mates alles klar digga dieser mlg göttlich scharkusel grüße an der stelle an dich tue sie scharkusel so machen wir es einfach nochmal ey ich bin der boss alter der boss komm ganz ehrlich juckt mich nicht ob da ein baum ist scharkusel nein ich wollte tnt boost machen geh weg ok wo ist denn der nächste ja ich baue mich ein bisschen in die mitte ich gehe nicht in die mitte aber ich baue mich oder ist hier unten einer halloo guten tag ist jemand zu hause ist jemand da hä wo ist der denn der Typ digga der ist legit scharkusel ja ok ich baue mich ein bisschen in die mitte und mach dann in die mitte tnt boost ich hoffe ich bekomme das hin ja nice so macht man es so arbeitet man ich hab eben schon so ey ohne witz ich hatte gerade so eine geile aufnahme aber ich hab gemerkt dass ich gar nicht aufgenommen hab war auf jeden fall ziemlich nice ich habe so eine geile ich hatte einfach neun kills in der skybox ohne ohne spaß war das scharkusel scharkusel oder wie auch immer man ich spreche sowieso falsch aus ist mir relativ egal so tnt boost los geht's so zack dann kommt hier noch ein block hin ich habe sowieso noch ein gegner egal ich mache jetzt trotzdem den tnt boost ich hoffe ich schaff das wenn nicht dann wärs ein bisschen doof aber egal ok los geht's mit f 프�scholk f 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